servus und willkommen zu einer neuen folge von modern skyblock 3 ja ich habe mich jetzt ein bisschen eingelesen mir auch noch ein video angeguckt ich bin immer noch nicht ganz schlau draus geworden aber wir müssen sowieso sehr viel sachen machen und ich schätzungsweise muss ich den woanders hinstellen ich brauche auf jeden fall genügend timer oder mindestens einen timer ich brauche genügend redstone und ich brauche noch mehr klar so als allererstes hätte ich gesagt wir brauchen davon bis jetzt habe ich davon drei denn wir brauchen ich brauche auch diese diese teile hier also diese da da brauche ich ja die anschaut dafür brauche ich dieses zeug hier das heißt ich brauche jetzt erst einmal das wie komme ich an dich ran in den drill grinder lapis reinschmeißen geht auch mit blöcken wir brauchen auf jeden fall ich brauche auf jeden fall 8 hier habe ich mal lapis 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 na kein lapis mehr ach es wird bestimmt davon ist ein genau dann haben wir das mal in den drill grinder rein das müsste dann der hier sein ja und mir ist natürlich der motor flöten gegangen war ja klar aber ich habe noch ein hoffen wir mal dass es reicht so das reicht natürlich nicht ich brauche noch einen besten platz auch noch ausnehmen sollen dann mir das was gutes geworden so robert mal wieder noch nicht vermute das andere ist eventuell auch rausköpft nur aber ist nicht mitgekriegt als es geht wir brauchen ja gesagt 88 stück selbst sogar neun oder oder wann es 4 es wird das wäre jetzt natürlich ärgerlich wenn ich jetzt auch 4 schön schön dass ich 4 braucht ist egal kann ich wenigstens welche platt machen dann heißt es jetzt ich brauche als nächstes diese teile da und davon 4 so dann brauche ich jetzt davon 5 8 habe ich das könnte reichen dann muss ich jetzt gucken da ist es wie gesagt ich brauche noch 5 hoffen wir mal dass die 5 durchlaufen so dann heißt es wir brauchen jetzt den ofen da sehe ich das sehe ich ganz 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 schwarz auch dann eventuell noch mal ein kabel wir werden es gleich sehen meinem glück hält als noch genau einen zwei brauche ich so ungefähr ich glaube die haben schon drauf geguckt ne brauchst du ja eins mehr super habe ich hier noch kabel drin natürlich nicht denn das war ja ist copper ingot im metal cutter jetzt habe ich kein kupfer mehr ja sehr gut kupfer muss kupfer seine ein kupfer danke mittel karte haben wir gesagt ne das ist der magnetizer falsches ding da rein so hier ist was er kann ok dann kommst du dahin du kommst dahin jetzt habe ich 1 2 3 4 das lavish powder hau ich noch da mit rein ok so und jetzt muss ich das in energizeit tauchen davon brauche ich 1000 hoffe dass das jetzt hier drin geht natürlich nicht so das heißt du kommst jetzt dann da rein compression chamber compression chamber das ist das ding hier compression chamber was brauche ich dafür ich brauche dafür einen tank nickel holz kabel kabel mt tank dafür brauche ich in war habe ich noch in war da ja mir fehlt natürlich glas glas bin gespannt ah halt 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 brauche ich noch nur 2 holz sonst wäre ich definitiv noch mal rauf gekommen das habe ich noch so im hinterkopf gehabt dass ich da zwei holzclean habe ok also du machst es dahin denn da habe ich dann ok dann brauche ich den tank dafür brauche ich nochmal drei eisen wenn ich den schon habe benutzen muss das eisen auch herkriegen und wegkriegen vor allem aber ich glaube das kann sowieso nur der umarbeiten ne ja ok also haben wir das dann haben wir auch noch den tank ich habe jetzt natürlich nickel noch 2 aber die habe ich ja auch an hier drin ich habe jetzt keine ahnung ob das so klappt ja so ich brauche integrated piston und einen motor gold war ja motor mal gucken vielleicht geht's jawohl und den integrated piston ich finde den 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 nee ich sonst sei es noch tausend mal und finden nicht ich bin immer froh dass ich hier ostern spielen darf finde das ei schaut so komisch aus mittel integrated piston da sind sie iron shaft ich bin nur ein danke ich brauche kupfer nugget und ich brauche einen slap slap habe ich da kupfer nugget habe ich auch da ich habe alles so und dann kommst du da rein so und dann schauen wir mal 2000 millibuckets habe ich drin unprimed energy core so jetzt haben wir schon mal vier stück so und jetzt brauche ich mal richtig redstone ähm ich hätte mal gesagt ich baue mal hier den timer ab jetzt wird es bestimmt lustig beziehungsweise nein ich brauche noch was und zwar ich habe das schon mitgekriegt ähm ich muss nur gucken ich glaube ich habe einen schon den core charger genau den da brauche ich nämlich jetzt den stemmen da drauf genau das heißt ich brauche jetzt eine batterie ich brauche den circuit 2 ich brauche den circuit 1 und ich brauche einen magneten ok und die batterie schau mal ob man vorne noch eine batterie haben so beziehungsweise bevor ich das mache ich brauche noch redstone so ist das normale standard battery oder was brauche ich da aber wenn wir vielleicht mal anschauen sollen der volt batterie haben wir circuit 1 so das heißt du gehst da rein pattern 1 das müsste es dann du sein so du hast den auch fertig dann ab in den brennofen dann kommst du rein dann kommst du rein und jetzt brauche ich noch einen magneten für baue ich einen iron ingot im magnetizer natürlich kein eisen mehr river iron so ich mache das jetzt mit der hand gibt es auch noch eine möglichkeit zu automatisieren mit einem timer aber für das was wir brauchen reicht so dann brauchen wir redstone nehmen wir mal gleich nochmal zehn stück mit ich sehe schon kommen dass das jetzt irgendwie in die luft fliegt oder so das heißt du kommst dahin du kommst dahin du kommst dahin da kommst du drunter so dann kommt da ein lever hin dann müsste ich den jetzt gestoppt haben oder auch nicht ne wenn ich jetzt den nämlich start jetzt muss ich erst einmal das da rein machen und ich brauche jetzt da 80 prozent ne und hier sieht man 80 prozent das heißt ich habe hier hinten ich bin hier ungefähr vor dem roten strich jetzt gehen wir einfach mal gucken man kann es auch lesen und ja ich brauche da massiv an material sehe ich gerade das heißt ich muss mir eigentlich fast nur mal ein timer bauen das heißt ich brauche redstone und kupfer das heißt ich brauche redstone und kupfer so rüber kopper kupfer verarbeiten so wenn man sich jetzt anschaut das ist jetzt alles fast drauf gegangen so dann muss das jetzt durch durch ich aber das wird jetzt natürlich auch noch kaputt habe ich noch welche natürlich nicht nickel in metal cutter ich habe gesagt ich habe einiges zu tun so dann kommst du rein so davon davon plus davon haben wir nochmal sechse so dann haben wir davon zwei dann nehme ich mir von dem auch nochmal zwei mit rennen durch ich gehe mal schnell zwei ich gehe mal schnell ein bisschen eisen holen ich nehme am besten mehr als zwei mit sonst laufe ich noch öfter so acht stück das schlimme war die batterie ich hoffe dass ich da was zurückkriege okay also da haben wir schon mal zwei das heißt du kommst jetzt da rein du kommst da rein jetzt habe ich ein broken part was mache ich jetzt da damit gold nugget und kupfer nugget und weder das eine noch das andere sehr schön und gold ist da auf das jetzt von beiden vier ich habe so gold und kupfer jetzt habe ich eine mt battery und die du jetzt mit zufrieden wobei ich habe momentan wisse brauche ich denn dafür 250 moment probiere es jetzt einfach das muss ich halt leider noch mal ein monster killen muss gerade aufpassen nicht dass ich da jetzt einfach laufen lassen 80 prozent wunderbar also die batterie gleich wieder füllen aber was ist noch kaputt gegangen das habe ich noch auf gesammelt das muss jetzt wohin scrap was habe ich noch auf gesammelt drei sachen auf gesammelt ich schätze mal den magneten lalalalalala lalalala genau leck mal beim drehen dass ich meine ich bin noch nicht fertig na jetzt nochmal ich werde drehen können wie ich will über nichts decken können na broken part ich brauche einfach nur ein kabel Gott sei Dank das habe ich noch kann ich dich da hin machen ja also eins kann ich definitiv behaupten ich habe von dem mod sehr viel und sehr lange was gehabt so ähm batterie habe ich einstecken ja ähm ähm okay ich muss jetzt halt so aufpassen ich tue das erstmal raus sicher ist sicher so jetzt bin ich bei 81 Prozent ich hoffe dass das passt also anders ging es nicht so jetzt machen wir den nächsten ich ziehe dich raus Batterie ist auch schon wieder alle das ist ja abnormal dann haben wir hier Scrap so so ich brauche oder ja dann hätte ich gesagt ich mache da auf jeden Fall nochmal zwei da habe ich auf jeden Fall nochmal einen ich bin ja so gespannt ob ich es hinkriege ich vermute nur dass ich nochmal nachlegen muss Batterie glaube ich kann ich jetzt noch einmal laden danach und ich habe ja erst zwei fertig ja genau und es ist der magnet auch noch durch so das heißt ich brauche jetzt zwei redstone als einen weiter ein redstone brauche ich noch weil sonst werfe ich das ding nicht mehr an da hinten so einmal die batterie genau das habe ich noch genau 500 drin das heißt noch zwei ladungen und jetzt noch eine okay ich muss bei 80 prozent rausziehen was ist denn jetzt schon wieder ja okay ein Eisen ist raus das heißt mein Magnet ist durch wir drehen wir drehen ich bin gerade nur zu faulen den Timer zu machen das ist eigentlich auch total schlimm ne danke so die batterie ist gleich wieder leer vermutlich so wir sind jetzt hier auch bei 80 den nächsten rein und schon fliegt mir die batterie wieder um die ohren und ich habe noch zwei ähm ich gehe mal schnell ich brauche sowieso ich brauche nochmal gold ich brauche nochmal mal kupfer 1 2 3 1 2 3 und ich brauche mindestens zweimal close down ich hoffe dass das reicht so da kommst du nämlich da rein und so dann bist du nämlich da drin hast 200 ich glaube 100 ist ein monster dust ich bin jetzt bei 450 650 650 Daumen drücken so 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 und weiter laufen lassen bei der Magnet und weiter laufen lassen bei der Magnet ok so und du als erstes als erstes was kostet mich was kostet mich denn ein timer außer nerven ne uhr stein stein schau mal habe ich noch habe ich stein da so das ist das dann brauche ich auf jeden fall mal geben wir mal 8 redstone kein redstone mehr ich bin redstone leer ich glaube es nicht ähm ich muss jetzt erst dann vielleicht wieder herstellen bitte nicht ok das heißt ich brauche eine uhr die haben wir hier dann brauche ich vier mal da dann haben wir das die uhr rein die vier steine ich habe einen timer so eins schau mal ob das funktioniert ja perfekt wenn man kurz vorm ende ist ne kommen wir auf solche einfälle keine lust mehr zu kurbeln so äh in einser brauche auf jeden fall auch noch so ich brauche noch mal factory tech circuit nummer eins und das schaut aus wie dieses f das ist der hier dann mach mal zwei und davon machst du einen und du machst mir den da das muss man mal hoffen naja das reicht nicht bin ich mir jetzt schon sicher das wird noch witzig ok also das habe ich noch drin das habe ich noch drin die batterie sowieso gleich leer aber das haben wir ja das habe ich ja voraus gesehen das haben wir das aber wenn ich jetzt halt den nicht mehr reicht ne kann ich ja probieren den anderen noch zu nehmen bei 150 so wie gesagt 80 prozent huah 85 ich hoffe das war nicht zu viel vor lauter vor lauter freude ich sehe das kommt dass mir das ist so das urteil jetzt platzt die basis ich bin mal gespannt wie viel das da gerade dort hocken wie recht dass du hast sonst habe ich noch eine standard batterie ok und nur weil ich jetzt zu faul bin nochmal an das Monster Loot Ding ran zu müssen ja ich vermute ich muss da auch wieder alles mögliche neu austauschen wofür habe ich hier noch drin ja das reicht doch lieber lade ich nochmal drei batterien auf ähm ja das wird nicht reichen rüber körper da rein ich sehe das jetzt gleich platzen ach man hab ich doch schon da das schlimme ist eigentlich dass ich fast kein dass ich fast kein redstone mehr habe das ist das viel schlimmere so broken part das raus das raus drei brauche ich es nicht mehr so du kommst da rein ich mach noch einen Magneten gleich wird das nächste Kabel platzen ist auch geplatzt so wir sind jetzt bei so wir sind jetzt bei ok habe ich schon wieder alles verbraten ja ok stimmt ich habe kleine batterien genommen die größeren haben länger kalten muss ich hoffen dass es die letzte ist die wo ich brauche klack 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 das ist die batterie hin hat die hä hast du den scrap reingeschmissen hä wo habe ich jetzt die batterien geschmissen ich habe noch eine mir egal habe ich nämlich gerade so im augenwinkel gesehen ich bin bei 63 prozent nicht dein ernst ne die batterie ist kaputt also die ist einfach verschwunden ich gehe kaputt echt was brauche ich jetzt für eine batterie ein gehäuse eisen nuggets ein kabel es will er mich noch mal ärgern kupfer kann ich nicht nehmen weil habe ich nichts mehr auch gut so habe ich kein kupfer einstecken ne ja wir müssen ja wir müssen ja zeit zusammen kriegen das war hier ok dann war was war das jetzt noch batterie 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 da ist batterie ok kupferdust und golddust ok 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 opfer also hat er sich gesehen dass da ist dann habe ich dann da geht's also da kommst du in die mitte ich lerne es irgendwann dass ich kein kupferdust mehr braucht wobei das wird es ist ja schon in batterie ne ja empty battery kann auf jeden fall jetzt behaupten jetzt hat der mod geschafft dass ich froh bin wenn er weg ist so ok jetzt habe ich immer 80 so jetzt kommt da der hin so und jetzt muss der nämlich überall auf grün springen glaubt über 400 oder so und dann probieren wir den ersten das kann nur lustig werden so der da ist gleich soweit der da ist gleich soweit und die zwei der da drittelt grad 500 ok nächstes stable und wir haben unseren ersten den nächsten den dritten und den vierten jawohl wir haben eine quest abgeschlossen und wir haben noch eine quest abgeschlossen claim wir haben eine trophy und du gehst da rein ich weiß noch nicht ob ich factory tech überhaupt los habt ne ich weiß nur jetzt dass ich den nächsten offen habe trophy ist hier drin muss immer noch mal museum bauen so ja also was haben wir jetzt geschafft den haben jetzt durch das heißt factory tech ist für mich eigentlich bis jetzt erstmal ist soweit durch wir gehen jetzt mal hier rein da nehme ich mir noch eine loot chest den haben wir auch noch fertig so an auch ich habe wieder mal ein fast bekommen haben jetzt schon fünf und von blatt magic habe ich ein ziel bekommen das schmeiße ich erstmal hier rein ok so das heißt wir haben jetzt geschafft äh actor additions haben wir auf jeden fall schon mal offen master chief haben wir noch nicht offen some true magic äh habe ich noch nicht da die casing habe ich das jetzt auch schon offen äh lasst mich mal schnell schauen quest book äh forestry ja forestry ist offen oh gott ich brauche 64 pixie dust na klar pixie ist von ähm botania glaube ich ist ziemlich hoch oder pixie dust ist durch das ja genau freude brauche ich 64 stück um da weiter zu kommen aber dann komme ich langsam zu den chickens okay was haben wir jetzt dann doch äh noch heavy machinery compress propan tank brauche ich 16 stück und storage upgrade äh stufe 4 brauche ich acht stück true blacksmith okay das heißt ich muss propan herstellen noch heavy machinery das ist ah immersive engineering haben wir offen yay ist doch schön ist doch super das heißt wir sind jetzt dann äh bei immersive engineering angekommen das heißt wir werden jetzt auf einen besseren strom kriegen ist auf jeden fall schon mal ähm interessant ich brauche auf jeden fall propan äh das heißt ich brauche nochmal factory tech factory tech äh einen empty tank ich brauche warte moment nicht dass das ein anderer mod ist compressed doch factory tech äh tech compressed propan tank genau den da brauche ich da brauche ich jetzt propan und da brauche ich 1000 lasset mich schnell nochmal nach unten latschen wenn ich raus finde wo ich raus muss kann ich es auch richtig machen äh propan muss mal gucken ob ich propan schon habe und was ich dafür brauche um es herzustellen 2300 das heißt ich brauche einen motor ich brauche einen drill bit okay also factory tech ist noch nicht ganz durch dafür brauche ich jetzt was habe ich gesagt 16 stück das heißt ich brauche 16.000 propan und ich brauche inva wie ein großer ja ich freue mich ja das machen wir dann beim nächsten mal ich bin stolz dass wir äh unsere unsere factory tech unseren großteil äh fertig haben wir haben unser stable äh fertig gekriegt wir haben es abgegeben alles top bin zufrieden ich hoffe ihr auch wenn ihr fragen anregungen oder auch kritik habt was ich verbessern soll bitte damit in die kommentare wenn euch die folge gefallen hat lasst mir doch einen daumen nach oben da und wir sehen uns dann wieder das nächste mal bis dahin ciao ciao bis jetzt bis jetzt bis jetzt bis jetzt Vielen Dank.